. Straßenschlachten und Plünderungen in Stuttgart. Hunderte Randalierer attackieren nach einer Drogenkontrolle die Polizei und verwüsten Geschäfte. Immer mehr Corona-Fälle im Fleischbetrieb Tönnies. Noch bleiben dem Kreis Gütersloh aber weitere drastische Einschränkungen erspart. Und Messerangriff mit drei Toten im englischen Reading. Die Polizei geht mittlerweile von einem terroristischen Hintergrund aus. Die Nachrichten des Tages, heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und ein herzliches Willkommen. Norbert König ist auch dabei für den Sport. Gerne, guten Abend. Stuttgart hat eine beispiellose Nacht hinter sich. Polizei, Politik und Bürger sind entsetzt über die Ausschreitungen und die Gewalt gegen Polizisten. Der Innenminister spricht von einer nie dagewesenen Qualität. Hunderte verwüsteten Teile der Innenstadt bewarfen Polizisten mit Steinen und Flaschen. Mehrere Beamte wurden verletzt, Geschäfte geplündert. Die Lage sei zwischenzeitlich völlig außer Kontrolle geraten. Sandra Susanka berichtet. Die Bilder, die in den sozialen Medien kursieren, zeigen die Brutalität gegen die Polizei. Vergangene Nacht randalieren bis zu 500 Menschen in der Stuttgarter Innenstadt. Corona-bedingt sind die meisten Clubs noch geschlossen, deshalb wird draußen gefeiert. Eine Drogenkontrolle bei einem 17-Jährigen soll der Anfang der Auseinandersetzungen gewesen sein, bei dem 19 Beamte verletzt wurden. Bei diesem ganz normalen, für uns üblichen Einschreiten haben sich sofort 200 bis 300 anwesende Personen dort aus, sag ich mal, aus der Partyszene und Freitagsabends, Samstagabends Szene solidarisiert und haben sofort die Polizeibeamten vor Ort massiv angegriffen mit Steinen und Flaschenwürfen. Dutzende gewalttätige Kleingruppen ziehen durch die Innenstadt. Erst nach mehreren Stunden bekommt die Polizei die Lage in den Griff. 24 Personen werden festgenommen. Es war heute Nacht eine nie dagewesene Dimension von offener Gewalt gegen Polizeibeamte und massive Sachbeschädigungen bis hin zu Plünderungen in unserer Stadt. Das ist ein trauriger Tag. Die Scheiben von 40 Geschäften eingeschlagen, Läden geplündert. Auch der von E.Job Rusom, der am Morgen das Ausmaß der Zerstörung sieht. Ich bin schockiert, dass so etwas hier in Stuttgart passiert. Wir haben erst gedacht, dass nur unsere Filialen davon betroffen sind. Dann sehe ich den Nachbarn hier im U2-Laden und andere weitere Filialen vom Schuhladen bis Euroladen. Schon seit Wochen nehme die Aggressivität unter den Feiernden zu, so die Polizei. Jetzt sollen deutlich mehr Einsatzkräfte für Sicherheit sorgen. Zweites großes Thema heute, der Corona-Ausbruch im Kreis Gütersloh. 1.300 Infizierte sind es mittlerweile im Schlachtbetrieb Tönnies. Trotzdem will Ministerpräsident Laschet keinen flächendeckenden Lockdown. Auch, weil bisher fast ausschließlich Arbeiter aus der Fleischzerlegung betroffen sind und nicht die übrige Bevölkerung. Die Kritik an den Zuständen bei Tönnies und in der gesamten Fleischindustrie wächst. Heiko Rahms. Proteste von Tierschützern vor dem Kreishaus in Gütersloh. NRW-Ministerpräsident Laschet informiert sich über die Schwierigkeiten bei der Eindämmung der Pandemie. In den vergangenen 24 Stunden gab es in dem Unternehmen Tönnies einige hundert Neuinfektionen. Alle Mitarbeiter sind in Quarantäne. Diese Lage ist deshalb so schwierig, weil wir hier eine sehr dezentrale Unterbringung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, an 1.300 Standorten, sodass wir hier ein enormes Pandemierisiko haben. Im Tönnies-Werk in Reda-Wiedenbrück hat sich das Virus explosionsartig verbreitet. Schuld daran seien die Zustände in der Fleischwirtschaft, so Experten. Tönnies hat bereits freiwillige Verbesserungen angekündigt. Aber... Mit der Fleischwirtschaft kann es keine freiwilligen Vereinbarungen geben. Es muss klare gesetzliche Regelungen geben, die in ganz Deutschland gelten. Damit die Beschäftigten aus Osteuropa die Quarantäne nicht verlassen und quer durch mehrere Länder in ihre Heimat zurückreisen, sollen Dolmetscher erklären, dass sie den gesamten Schutz durch das deutsche Gesundheitssystem erhalten. Und am Abend die Nachricht, die Firma Tönnies will die Kosten für Corona-Tests tragen, für die gesamte Bevölkerung im Kreis Gütersloh. Noch haben sich dort nur 16 Menschen außerhalb des Unternehmens infiziert. Daher gibt es im Moment keinen Lockdown für den Kreis. Lokale Ausbrüche wie der bei Tönnies schlagen sich auch bei der Zahl der Neuinfizierten in Deutschland nieder. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage haben sich 490 Menschen täglich neu angesteckt. Vergangenen Dienstag lag der Wert noch bei 220. Großbritannien ist entsetzt über eine Messerattacke gestern Abend in der Stadt Reading. In einem Park stach ein Mann unvermittelt auf Menschen ein. Drei sterben, drei sind verletzt. Die Polizei geht von einem Terroranschlag aus. Was genau den 25-Jährigen, vermutlich ein Libyer Antrieb, ist noch unklar. Andreas Stamm berechtet. Ein Park im Herzen Reddings, Spurensuche. Am Tag danach berichten Zeugen von traumatischen Szenen. Sie saßen im Kreis, tranken etwas. Eine große Gruppe, acht bis zehn Leute. Er stürzte gegen den Uhrzeigersinn los, erwischte den ersten, ging weiter, stach auf den nächsten ein. So ging es weiter und weiter. Der mutmaßliche Täter, Kairi S, gestoppt und festgenommen durch schnelles, mutiges Eingreifen von unbewaffneten Polizisten vor Ort. Er soll aus Libyen stammen. Noch in der Nacht wurde seine Wohnung unweit des Tatorts durchsucht. Danach gingen die Ermittler von einem Terroranschlag aus. Bislang haben die Ermittler nichts finden können, das annehmen lässt, dass noch jemand in den Angriff verwickelt sein könnte. Wir suchen keine weiteren Tatbeteiligten. Kairi S sei schon mal ins Visier der Terrorermittler geraten, heißt es damals eingestuft als ungefährlich. Die dritte Messerattacke mit terroristischem Hintergrund in den vergangenen sieben Monaten. Die Terrorwarnstufe in Großbritannien wird dennoch nicht erhöht. Noch vieles zum Motiv und Hintergrund der Tat sei unklar. Währenddessen konnten zwei der drei Verletzten das Krankenhaus wieder verlassen. Mit einem Paukenschlag wollte sich Donald Trump im US-Wahlkampf zurückmelden. Doch zu seiner Mega-Veranstaltung in Tulsa, Oklahoma, kamen deutlich weniger Menschen als erwartet. Viele Plätze in der Halle blieben leer. Was den Präsidenten nicht von scharfen Attacken abhielt, bejubelt von seinen Anhängern, denen Corona-Mundschutz mehrheitlich egal war. MRT wissen. Ja, es gab Wortgefechte zwischen Demonstranten und Trump-Fans. Von denen waren einige sogar mit Waffen da. Doch es blieb friedlich. Ungehindert strömten die Menschen in die Halle, bekamen eine Maske, die dann kaum jemand trug. Es kamen viele und doch, so die Feuerwehr, nur 6200, ein Drittel der Hallenkapazität, trotz der angeblich eine Million Anfragen. Offenbar reservierten tausende Trump-Gegner, darunter viele Jugendliche, kachten, ohne zu erscheinen. Doch Trump behauptet, gewalttätige Demonstranten seien schuld. Unsere Leute sind bei weitem nicht so gewalttätig, aber wenn sie es wären, wäre es ein schrecklicher Tag für die andere Seite. Mit solchen Drohungen, auch Falschbehauptungen, mitunter rassistischen Anspielungen war die Rede angefüllt. Eine Viertelstunde lang rechtfertigte der Präsident, dass er bei einem anderen Auftritt vorsichtig eine Rampe hinabgegangen war. Er sei nicht krank, könne sogar ein Glas Wasser problemlos halten. Kein Wort dagegen zum Mord an George Floyd, dafür aber zu Corona. Wenn man so viel testet, findet man eben mehr Fälle. Ich habe meinen Leuten gesagt, sie sollen langsamer testen. Hinterher würde seine Sprecherin das als Scherz bezeichnen. Sogar für manchen in der Halle war es anstrengend. Und auch Donald Trump hatte sich seinen Wahlkampfauftakt vermutlich anders vorgestellt. Fußball haben wir auch noch, torreiche 2. Bundesliga, ne? Ja, genau. Und das ist was Positives für Stuttgart, denn da hat der VfB Stuttgart am vorletzten Spieltag 6 zu 0 in Nürnberg gewonnen. Und die Fans in Stuttgart jubeln genau wie die Profis, denn die Schwaben haben die direkte Rückkehr in die Bundesliga damit so gut wie geschafft. Weil der HSV in letzter Minute mit 1 zu 2 in Heidenheim verloren hat. Die Heidenheimer sind am letzten Spieltag in Bielefeld zu Gast. Der HSV muss also auf Schützenhilfe durch den Zweitligameister hoffen, um wenigstens noch den Relegationsplatz erreichen zu können. Am Tabellenende steht Karlsruhe auf dem Relegationsplatz Richtung 3. Liga, kann aber nach dem 3 zu 3 gegen Bielefeld den 1. FC Nürnberg am kommenden Sonntag noch überholen. Wiesbaden verliert in Darmstadt, Dynamo Dresden gewinnt in Sandhausen. Beide haben wegen ihrer schlechten Tordifferenz kaum noch Chancen, den direkten Abstieg zu vermeiden. Beim Abschlussturnier der Basketball-Bundesliga in München haben die Halbfinals begonnen. Heute das Schwabenderby Ludwigsburg gegen Ulm. Ein Hinspiel mit ungewohntem Ergebnis. Ulm in den schwarzen Trikots und Ludwigsburg liefern sich ein extrem spannendes erstes Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft. Immer wieder kann sich eine der Mannschaften etwas absetzen, aber nie entscheidend. Die Ludwigsburger, die Meister Bayern München ausgeschaltet hatten mit der etwas besseren ersten Hälfte und einer knappen Führung zur Pause. Danach dann bessere Ulmer. Sie sind ohnehin die Überraschung bislang bei diesem Finalturnier. Ein Spezialfall dann am Ende. Normalerweise ist ein Unentschieden beim Basketball ausgeschlossen. Weil hier aber die Ergebnisse aus Hin- und Rückspiel addiert werden, bleibt es heute beim 71 zu 71. Die Spannung also bleibt. Ja, Rückspiel am Dienstag. Wunderbar, vielen Dank. Wettermäßig beginnt die neue Woche sehr unterschiedlich im Osten und Süden. Viele Wolken und einzelne Schauer, sonst überwiegend sonnig bei 19 bis 26 Grad. Das war's von uns. Danke für Ihr Interesse. Morgen begrüßt Sie hier Petra Gerster. Wir wünschen Ihnen noch einen entspannten Sonntagabend. Sagen Tschüss und empfehlen jetzt Theo Koll und Berlin direkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.